Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Cable. Ich will den Jungen. Was? Den Jungen? Aus dem Weg oder stürmen. Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung ist der Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben für euch ein paar Filme mitgebracht. Einen aus der Sneak, einen in den sind wir selber reingegangen. Deswegen konnten wir uns da aussuchen, dass wir einen guten sehen. Ich habe noch eine Blu-ray geguckt, die ich ziemlich gut fande. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen gleich mal mit dem Sneak-Film der Woche. Das war bei uns der Film Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ja, diesen klangvollen deutschen Titel, den man aus dem englischen Titel Everyday herausgequetscht hat. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Was an sich völlig Banane ist, wir könnten, wenn wir noch individuelle Folgentitel hätten, würde ich die Folge jetzt nennen, letztendlich ist dieser Scheiß-Titel völlig egal. Weil der hat mit dem Film ja überhaupt nichts zu tun. Exakt, ja. Letztendlich hat der Titel mit dem Film nichts zu tun. Aber ich glaube, das Buch heißt so schon. Deswegen mussten die sich daran orientieren. Was, Everyday? Nee, die deutsche Version von dem Buch. Da haben sie wahrscheinlich schon verkackt gehabt. Ja, ich dachte schon. Ich habe mir jetzt im Nachhinein ein bisschen was drüber gelesen, über den Film. Nämlich, dass das Buch basiert auf einer Geschichte von David Levy-Fan, der zum Beispiel auch das Buch zu Nick und Noras Soundtrack einer Nacht geschrieben hat, den ich ziemlich gut fand. Den fand ich auch recht gut. Ja, das war echt gut. Und in diesem Film, den wir hier in der Sneak Preview hatten, die Hauptrollen, ich gucke gerade, Anjuries Rise, kenne ich nicht. Maria Bello kenne ich, die hat ihre Mutter gespielt. Und dieses junge Mädchen, was wir da am Anfang kennenlernen, die ist in so einer Highschool. Und irgendwie lernt sie, oder hat sie, wie ging das eigentlich los? Sie hat einen schönen Tag mit ihrem Typen. Ging das gleich damit los? Erinnerst du mich? Nein, es geht damit los, dass ein junger Mann aufwacht und seine Hände anguckt. Ach, genau. Ja. Also, wir sehen erst mal, dass ein Typ aufwacht, guckt seine Hände an. Hä, was? Macht erst mal ein Selfie von sich. Und das alles wirkt sehr... Macht eine Erinnerung. Kurios. Diese Erinnerung auf 23 Uhr und 23.50 Uhr. Ja. Ist wichtig. Jo. Und ja, dann guckt er quasi, wo sein ganzes Zeug ist in dem Raum. Also man merkt schon irgendwie, entweder weiß er nicht, wie er da hingekommen ist oder was auch immer. Begibt sich dann in die Schule und da kommt gleich eine junge blonde Frau oder ein junges Mädchen auf ihn zu und ist offensichtlich seine Freundin. und sie beschließen dann den Tag, sich mal freizunehmen. Ich meine, der Lehrer hier, dem krampft sich gerade alles zusammen hier wahrscheinlich. Wenn er sowas sieht, das kann man nicht gut heißen. Macht das nicht. Nein. Habe ich früher auch gemacht. Ich auch. Sind wir dann damals... Als ich mein Auto hatte, war es vorbei. Da bin ich morgens an der Schule vorbeigefahren. Oh. Wir sind damals ganz gerne zu Phobis gefahren. Da gab es Phobis. Das war so der Computerhändler. Da gab es der nächste, war irgendwie 30 Kilometer entfernt. Da sind wir dann hingefahren. Egal. Hier fahren sie nicht zum Computerhändler, sondern in die nächste gelegene Stadt. Ich glaube, Baltimore war es. Und verbringe da irgendwie einen schönen Tag. Und irgendwie wundert sie sich auch so ein bisschen, weil er ist so anders wie sonst. Er ist so zuvorkommend. Und wirkt irgendwie so intelligent. Und geht so sehr auf sie ein. Und sonst ist er ja eher so der strunzdoufe Sporttyp da von der Highschool, der Stereotype. Und an diesem Tag ist er irgendwie völlig anders. Und so ganz romantisch und so, wie die Männer eigentlich meistens so sind. Jedenfalls, als der Tag dann vorbei ist und am nächsten Tag ist er wieder so der Alte. Also wie er halt immer so war. Und sie wundert sich. Was ist jetzt hier? Und so. Ja, lass uns doch nochmal so einen schönen Tag haben. Wie gestern auch. Nö. Was war ich gestern? Genau. Ich kann mich an nichts erinnern. War da was? Er erinnert sich irgendwie nur so ganz dunkel, dass da irgendwie was war. Und ja, wir sehen dann aber auch, dass jemand anders aufwacht im Bett und die Hände angeschaut werden und der Timer gestellt wird. Und das ist aber eine völlig andere Person. Und irgendwann erschließt sich, oder ich habe es ja vorher schon, das sieht man im Trailer schon, ich habe es schon gewusst, dass das so eine Art Seelenwanderung geht. Also dass so das Bewusstsein von einem Körper in den nächsten springt. Was ja in japanischen Animes sehr, sehr gern mal gemacht wird. So dieses Motiv, um mal wirklich verschiedene Leben leben zu können und da Dinge zu erleben und so. Hier ist es allerdings so, dieses Universum funktioniert ja nach gewissen Regeln. Die eine Regel ist, dass es immer nur so halbwegs regional geschieht, diese Sprünge. Also dass dieses Bewusstsein immer in gewisse Personen aus einer bestimmten Region kommt. Also dass es nicht sein kann, dass er plötzlich in Alaska ist oder in Europa oder so, sondern das bleibt schon so in einer gewissen Region. Es sei denn, sein Wirt, um es mal so zu nennen, der verlässt mal diese Region und ist dann ganz woanders, weil dann ist er wieder in der anderen Ecke gefangen. Und die zweite Prämisse ist, bei dem Wechsel seiner Wirte, da nimmt er auch immer ungefähr dasselbe Alter ein. Also als dieses Parasitenbewusstsein, wenn ich es mal so nennen möchte, als es eben jünger war und kleiner war, irgendwie fünf Jahre alt war, hat es halt immer so fünfjährige Kinder benutzt und konnte sich halt da nicht so richtig ausdrücken. Und jetzt, wo es älter wird, ist es halt auf der Highschool und es wird halt dann irgendwann so sein, dass das dann in ältere Personen dann auch reinspringen kann. Er muss dann immer Mitternacht diesen Wirt wieder verlassen. Es wird auch irgendwie erklärt, dass der eigentliche Besitzer dieser körperlichen Hülle dann sein Bewusstsein wieder zurückhaben will und er kann dann so pushback, also er kann dann irgendwie zurück, wie haben sie es genannt, zurückdrücken oder irgendwas, keine Ahnung. Naja, er wird ja immer rausgedrückt und hat sich bisher nicht gewehrt. Ja, genau, so war es gewesen. Ja, und er sucht dann halt wieder was Neues und er oder er oder sie oder es kann man, also er springt auch in Frauen rein oder es, muss man ja sagen. Also es hat ja kein Geschlecht in dem Sinne, weil es springt ja immer irgendwo rein und deswegen ist natürlich dieses Bewusstsein auch sehr, sehr erfahren, was alle anderen Dinge auch angeht. Also wenn er jetzt in dem männlichen Körper ist, weiß er natürlich auch genau, was Frauen wünschen, weil er natürlich tiefste Einblicke hat in das Wesen von Frauen und umgekehrt. Ha, es springt dann in die kuriosesten Figuren, in so ganz religiöse Gläubige rein und die dann am nächsten Morgen gedacht denken, sie wären an dem Tag irgendwie vom Teufel besessen gewesen, bis hin zu irgendwelchen total stupiden Typen und die eigentliche Geschichte ist aber, dass sich dieses, ja, dieses Bewusstsein in diese junge Dame aus dem ersten Sprung, diese Rhiannon nämlich verliebt hat und jetzt nun versucht, jedes Mal, wenn es in einen neuen Körper gelangt, wieder Kontakt aufzunehmen mit dem Mädel und sie zu treffen, was manchmal einfacher ist, manchmal ist er direkt an ihrer Schule irgendwo, manchmal ist dieses Wesen halt woanders, an irgendeinem anderen Staat teilweise, also schon auch in der Nähe, aber irgendwo ganz anders und manchmal auch hat er kein, hat er oder sie kein Auto und kann dann nicht so leicht hinfahren, muss sich dann abholen lassen und ja und diese, diese, diese schwierige Liebe, die da entsteht, diese wirklich, ähm, sehr zerbrechliche Liebe, die, äh, vielen Einflüssen unterliegt, die auch nicht einfach ist, wo es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen, ne, weil es natürlich was ganz Besonderes ist, darum handelt dieser Film. Das klang jetzt aber ziemlich negativ, wie du es gerade gesagt hast. Ja, also je länger man über den Film nachdenkt, ähm, das ist so ein bisschen wie, ach, was war das letztens für ein Film, wo ich gedacht, äh, hier dieser, dieser, wo die kein Geräusch machen dürfen, weißt du, was ich meine, dieser Horrorfilm? Ja. Der ist, im ersten Moment ist der eigentlich voll geil und du den guckst und richtig gut und spannend, aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann, ja, so bricht er dann doch ganz schön und hier, ach, ich fand der, also im ersten Moment habe ich gedacht, ja, der war ganz okay. Ist halt so ein Teenie-Film mit so ein bisschen Liebe und so und alles auch so ein bisschen so eine, ja, so eine sichere Form von, von Liebe. Es kann ja nichts passieren und der, den ich da jetzt kennenlerne, das ist jetzt jemand, den ich schon länger kenne und, ja, und der, der weiß alles und, äh, macht alles richtig und so. Das ist so eine ganz, so eine ganz unschuldige, amerikanische, Highschool, äh, Twilight-Form von Liebe, die, die da hier so gezeigt wird, die natürlich eine Schwierigkeit beinhaltet, die es zu meistern gilt. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass da, dass der Film irgendwie ein bisschen mehr Mut zeigt oder ein ganzes Stück mehr Mut. Zum einen mehr Mut, was die Story selbst angeht. Ähm, warum hätte man zum Beispiel auch nicht mal ein paar Themen mit angreifen können, dass zum Beispiel irgendjemand, äh, vielleicht einen Anschlag auf eine Schule plant oder sowas und er, dieses Bewusstsein landet in diesen Menschen, ja, oder, ähm, gerade, äh, es wird mal gezeigt, dass wirklich mal so ein, ja, so ein paar Randgruppen, ja, dass er da mal reinspringt. Aber was die so für Probleme haben, ähm, ja, das sind doch einmal. Einmal ja, aber, ähm, da ist dann auch wieder die Frage, ist das die richtige Art und Weise, da zu helfen oder, oder, na, man weiß es nicht. Ähm, nee, ich fand, der Film hätte wesentlich mehr Mut haben können. Zum einen, was überhaupt die Geschichte angeht und das Ende. Ähm, ich hab immer erwartet, dass da noch irgendwas passiert. dass da irgendwie noch, jetzt kommt noch der Kracher oder, jetzt, äh, passiert das noch so und so oder, keine Ahnung, irgendwie hat mir da richtig was gefehlt. Bei dem Ding. Weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ähnlich. Also, das ist ein Film, der eigentlich relativ viel Potenzial mitgebracht hat, aber, jetzt kommt das große Aber, überhaupt nichts draus gemacht hat. also, das war so eine richtig fürchterlich seichte Teenie-Liebesgeschichte im Endeffekt. Ja. Nichts anderes. Für mich zumindest. Also, ist es da hängen geblieben. Es hatte, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ganz große Möglichkeiten, ganz arg viele Ansätze auch, in welche Richtung es auch hätte gehen können. Ja, ist es aber nicht. Und das macht es im Endeffekt so schade, weil, da, eigentlich schon durchaus Potenzial drin geschlummert hätte. Man hätte einen prima Horrorfilm, glaube ich, draus machen können. Ja, oder, oder einfach, ja, eine ganz andere Problematik. Und eigentlich, das, ein Hauptproblem nochmal darstellen können. Und so war eben das Hauptproblem, äh, wie komme ich an meine unglaubliche Liebe? Warum liebe ich die Seele mehr als den Menschen? Das hast du aber schön formuliert. Aber das hat, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, ich habe, ich habe ganz arg viele Notizen gemacht im Vorfeld. Oh, während des Films. Oh, während des Films habe ich schon mitgeschrieben. Ja, also wie gesagt, das kann in den Augen der Machern reichen für einen Film. In dem Fall hat es dann aber nach meiner Meinung nicht gereicht dafür, dass es ein wirklich guter Film ist. So ist es ein nett anzusehendes Filmchen, was ich mir garantiert nicht angesehen hätte, außerhalb der Sneak, weil allein schon der Titel mich abgeschreckt hätte. ich habe jetzt noch immer noch Schwierigkeiten, weil letztendlich sind wir dem Universum egal. das ist jetzt, wie gesagt, für mich schon, dass das nächste Ding, es ist so, nochmal eine Meta-Ebene draufgesetzt quasi, über das ganze Thema im Film. Und das finde ich dann langsam irgendwann zu hoch gestoßen, gestochen, geschossen, alles, weil dem wird der Film dann wieder nicht gerecht, weil dafür ist er dann doch zu seicht. Und deswegen, ja. Ich habe gerade Moviepilot offen und da gibt es rechts so eine, in dem Ribbon da rechts, so ein Fans dieses Films gefällt auch. Also Fans von, letztendlich sind wir dem Universum egal, gefällt auch. Shape of Water, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, und den Sternen so nah. Also ich bin hier eindeutig auch nicht in der Zielgruppe, merke ich da. Ich hätte mir, also wenn der Film mutiger gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht ganz so mein Thema, mit so Teenie-Liebe und sowas, aber es ist ein guter Film. Hier, nee, das ist einfach viel zu brav. Also man weiß auch nicht, hat die jetzt mit manchen da noch was angefangen oder nicht? Und dann ist es wieder so ein typisch braver amerikanischer Film, so, ja, irgendwie streicheln sich gegenseitig vor dem Lagerfeuer in der Hütte und dann ist irgendwie, zack, und dann weißt du gar nicht, was da nun überhaupt, ja. Also, du siehst da teilweise noch nicht mal irgendwie einen Kuss oder sowas. und auch die Themen, die da so angegangen wären, wie gesagt, hey, du musst so viel draus machen. Gerade wenn man sieht, was zum Beispiel in diesen japanischen Bewusstseinswechselfilmen, was da angegangen wird, hui, hui, also da geht es ja wirklich krass her, was da für Themen aufgemacht werden. Oder, ich meine, selbst wenn du so diese Jugendfilme überlegst, die wir damals gesehen haben, da irgendwie, was weiß ich, bei Dirty Dancing, irgendwelche Abtreibungen oder sowas, ansonsten relativ... Entschuldigung, dass ich da lache, aber jetzt kommst du mit, also jetzt vergleichst du den Film mit Dirty Dancing und da muss ich einschreiten. Ich sage nur, der will in dem Bereich spielen, Jugendliebes... Das in einem Atemzug zu nennen mit Dirty Dancing, also... Ich habe den Titel nicht in einem Atemzug mit... Ich habe nur gesagt, es gab Jugendliebesfilme zu unserer Zeit, also selbst bei La Boom, die Fete, gab es andere Themen noch und hier, da hat einfach der Mut gefehlt. Vielleicht, vielleicht war in den Büchern auch mehr drin, weil Nick und Nora war ja doch... Hatte ja schon ein paar coole Sachen mit drin. Vielleicht waren da ein paar Sachen drin, die man einfach in der filmischen Umsetzung dann ausgelassen hat. Das war mir einfach zu wenig da, dieses eine dramatische Element. Gerade wenn man denkt, dass du irgendwie, dass du jeden Tag in einem anderen Körper aufwachst, dann ist doch nicht dein primäres... Ach nee. Also da gibt es so viele psychologische Ansätze, was man da so diskutieren könnte und was man da so für Themen aufmachen könnte und was da alles so passiert und es ging mir auch alles viel zu reibungslos und dann auf dieser Highschool, das war so dieses typisch amerikanische Stereotype-Highschool-Ding, da war ja wirklich gar nichts irgendwie, gar kein cooler Kniff irgendwas dabei und dass da einfach fremde Kinder aus anderen Städten einfach so da hingehen können und sich mit in die Klassen reinsetzen können und keiner fragt was. Das sind irgendwelche anderen hier, wo dann die Seele halt drin gelandet ist oder dieses Bewusstsein, die sind dann einfach da in die Schule gegangen, um mit der zusammen zu sein. Also dass das so funktioniert, ach, da waren so viele Themen. Ich weiß nicht. Sag mal, es waren so viele Themen, aber nichts wirklich Konkretes dabei. Nee, ich glaube, ich gucke jetzt nochmal, was ich da gegeben habe. Ah, fünf, ja, passt. Ja, da bin ich auch. Also wie gesagt, er war nicht so schlecht, aber er war halt gar nicht mal so gut. Und ich empfehle ihn nicht weiter. Ich habe hier auf ein trauriges Smiley geklickt bei uns in der Gruppe. Ja, ist nicht wirklich weiter zu empfehlen. Also, wenn er irgendwie noch ein paar coole Sachen drin gehabt hat, hätte ich gedacht, okay, aber so die Prämisse. Ist auch so, ich habe ja auf Arbeit, die Leute wollen ja mal wissen, na, was hast du denn so gesehen? Dann versuche ich das immer schon relativ kurz zu umreißen, wenigstens. Das ist immer eine ganz gute Übung für mich. Wenn ich dann selber merke, wenn ich das nochmal wiedergebe und ich merke, boah, was denn das? Das klingt ja total scheiße. Dann ist es halt auch so, ne? Das ist dann meistens auch so, wenn du es versuchst wirklich zu erklären. Das ist genau wie bei uns, wenn wir hier im Podcast drüber reden und während der Filmzusammenfassung merkt man, eigentlich war es schon ganz wieder in der Käse. Ja, also von mir fünf und von dir auch, oder? Auch fünf, ja. Na gut, wenn wir die Facebook-Gruppe einmal offen haben, der viel und nichts sagende Titel oder Tipp für nächste Woche lautet Wer? Doktor? Who? Who? Who is the leader of China? Kann ja sein! Who is the leader of China? Who? Who? Who is the leader of China? Und da sind ja zwei Tipps eingegangen, einer von mir. Ich tippe mal dieses Back for Good, weil da geht es um irgendeinen C-Promi. Keine Ahnung, da könnte man fragen, wer? Okay. Und es gab hier noch einen Tipp. Love, Simon. Und da muss ich mir jetzt mal ganz kurz mal... Glaubst du nicht, dass es eher Love, Simon ist? Love, Simon, hört sich so. Ach so, ich wusste, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ah ja, USA, ja. Also Love, Love, Simon. Jeder verdient eine große Liebe. Simon Spear ist 17. Ach nee, nicht noch so ein Ding. Er hat ein großes Geheimnis. Er ist schwul. Ach so, nee, das ist schon mal ein bisschen anders. Er ist schwul. Schon seit Längerem wartet er auf den richtigen Zeitpunkt, seinen Freunden, darunter Leah, Abby und Nick und seinen Eltern Emily und Jack, davon zu erzählen. Dann verliebt er sich in einen Schulkameraden, der online und anonym von seiner Homosexualität berichtet. Simon nimmt über das Internet Kontakt zu dem nur als Blue bekannten Mitschüler auf. Doch Simons E-Mails werden durch einen unglücklichen Zufall von seinem Mitschüler Martin entdeckt, der ihn damit erpresst. Er droht, Simon gegen dessen Willen zu outen, wenn dieser ihm nicht hilft, Abby zu beeindrucken und zu seiner Freundin zu machen. Die wiederum steht eigentlich auf Nick. Oh Gott, oh Gott. Weißt du jetzt nicht, warum das jetzt mit wer? Vielleicht kommt das irgendwie im Trailer. Weiß nicht. Aber so von der Beschreibung her. Na ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja auch was anderes. Ich habe mich noch gar nicht so richtig genau informiert, was kommen könnte. Vielleicht mache ich das morgen noch. Morgen ist ja frei. Kann ich ja nochmal in mich gehen und mal hier das Internet bemühen, ob ich da noch irgendwas finde. Ja, wir haben ja beide frei die ganze Woche. Ja, wie sich das gehört, ne? Ja, so muss das sein. Wir haben ja noch einen Film gesehen und wir werden ja auch diese Woche noch einen Film gucken. Ja. Wir haben einen Film gesehen, nämlich Deadpool Teil 2. Wäre cool, wenn du mal die Zusammenfassung machst. Du steckst da besser an der Materie drin. Nicht, dass ich wieder so sehr entschwimmig komme. Du bist der Meinung, ich stecke da in Deadpool besser drin. Okay. Definitiv. Das passt ja zum Film jetzt, der Spruch. Wir erinnern uns an Deadpool Teil 1, der ja mit seiner großen Liebe endet. Also Deadpool, gespielt von Ryan Reynolds, klar. Endet er mit seiner großen Liebe in einer wunderschönen Szene mit einem völlig zerstörten, ja, was auch immer das war, Autobahnbaustelle? Ne, was war's? Keine Ahnung mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Du weißt auch nicht mehr? Ne. Genau. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Die beiden planen tatsächlich weiter die Familie. Also erstmal kommt die große Welttournee von Deadpool am Anfang, wo er überall auftritt. Also wo er überall mal Hallo sagt. Und dann geht's eben dahin, dass man sagt, hey, lass uns doch eine Familie gründen. Und das ist schon so eine Sache. Ja, mit Deadpool eine Familie gründen, okay, kann man mal machen. Muss aber nicht sein. Und wie es eben so ist, gibt es dann einen Anschlag auf Deadpool und dabei, ja, stirbt seine Frau. Jetzt, wie heißt die Frau? Marina Beckerin heißt die Schauspielerin. Ja, genau. Kennt man ja aus Homeland zum Beispiel. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, wie sie in der Rolle ist. Vanessa. Ah, Vanessa, okay. Ja. Okay, also wie gesagt, die stirbt da leider. Ich glaube, so viel davon schon Spoilern. Spoiler. Oh, Entschuldigung, ja. Du kannst ja alles auspiepen. Machen wir eigentlich einen Spoiler-Talk? Oder wie? Muss man da eigentlich nicht, oder? Nö, brauchen wir nicht. Nicht bei Deadpool nicht. Also, um Gottes Willen. Obwohl Thanos auch mitspielt. Warum spielt Thanos mit, genau, Josh Brolin spielt den Anfangsbösewicht in Cable. Was? Okay. Habe ich jetzt irgendwas gesagt? Weiß man das, dass der nur Anfangsböse ist, oder? Deswegen sage ich ja, der Anfangsbösewicht. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Bösewicht oder einen dritten. Oder vielleicht haben sich auch alle lieb. Vielleicht gibt es auch eine Sexszene, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde doch mal eine leichte Spoiler-Warnung mit in die Inhalte reinschreiben. Ist zu wenig für die Sirene, aber... Okay, okay. Also, jedenfalls gibt es dann diesen, ja, zuerst mal diesen halben Rachefeldzug von Deadpool und dann gibt es natürlich noch den Zwischenfall mit einem leicht übergewichtigen, ähm, jungen Nachwuchssuperhelden. Firefist. Firefist, genau. Auch wieder so, so. Ja, Firefist, genau. Also der erste übergewichtigte Superheld. Russell im echten Leben. Oder im ganz echten Leben Julian Dennison. äh, den kennt man aus so netten Filmen wie, keine Ahnung. Ich guck mal nach. Also ich kannte ihn vorher noch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum du jetzt das Fass aufgemacht hast. Hier so eine Nebenfigur hier so oft. Ähm. Ja, so eine Nebenfigur ist, ist, ist Firefist ja nicht. Also im Endeffekt dreht sich schon sehr stark um Firefist und auch halt dann die Beziehung von Deadpool zu ihm und alles. Es ist alles so, ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen, seicht, aber, äh, ja. Man, man muss genau aufpassen in diesem Film. Weil Deadpool dann eben zur Rettung von Firefist auch eine Gruppe zusammenstellt, nachdem er ja kurzzeitig bei den X-Men war, gründet er seine eigene Gruppe. Das sehen wir aber schon im Trailer, also da verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Die X-Force, lustig ist ja, in den Comics gibt es ja die X-Force wirklich, aber das ist ja wieder was anderes. Wir wissen ja, die Filme orientieren sich nur an den Comics, aber greifen sich da auch gerne die Sachen raus, aber sind ja nicht eins zu eins so die Comics nachgedreht. Gut, ähm, also er gründet die X-Force, weil sie sind ja auch geschlechterneutral, ist ganz arg wichtig. Nicht wie die X-Men. Ihr seid X-People, ne? Naja, aber das ist ein großes Thema gerade, also das, äh. Ja, ja, klar, aber auch da ist es dann wieder, willkommen bei Deadpool, ne? Einfach, Deadpool macht nämlich tatsächlich im zweiten Teil genau das, was es im ersten auch schon gemacht hat. Sie hauen einfach kräftig auf die Kacke. Kann man das so sagen? Das kann man auch durchaus so sagen, ja. Das kann man so sagen. Also wie gesagt, er hat seine X-Force-Gruppe dabei, da ist auch Terry Crews dabei, der Badlamp spielt. Dann ist dabei, ganz arg wichtig, Domino, gespielt von Sassy Bees. Und Domino hat als Supereigenschaft, sie hat Glück. Und für mich eine der richtig geilsten Szenen ist diese Diskussion dann, ob Glück eine Superpower ist oder nicht. Wird da noch so ein Casting veranstaltet erst mal, ne? Ja, genau, bei diesem Casting. Ich habe jetzt hier genau gerade die Szene auch bei IMDb sogar vor mir. Da steht nämlich, Deadpool sagt, Luck isn't a Superpower and it isn't cinematic. Und Domino sagt, yes it is. Deadpool, I'm gonna meet you in the middle and say no. Und das ist nicht das Einzige. Es ist auch bei der Schlägerei, beim ersten Aufeinandertreffen mit Cable, zwischen Wade Wilson und Cable auch die Frage, wer bist du? Ich bin Batman. Da waren nicht zu viele lustige Sachen drin. Ja, das ist so düster sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum bist und auch solche netten Anspielungen. Du bist so düster. Also wirklich an einer Tour. Es sind Anlehnungen an Terminator 2. Jede Menge sogar. Szenen, die, glaube ich, original eins zu eins einfach nachgespielt wurden. Nur halt mit keinem Motorrad, sondern einem kleinen Roller. Nicht vergessen, die leuchtende Augen oder das leuchtende Auge. Ja, genau, das leuchtende Auge. Und man werden eigentlich Roboterarme langsam langweilig. Also, das, wie gesagt, es sprüht an allen Ecken und Enden von blöden Witzen, von dummen Sprüchen, von teilweise echt derben Sachen. Ich erinnere nur dran an die eine Szene, wo Deadpool neben seinen Beinen liegt und schreit, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ach, das sind sie ja. Aber ich dachte ja, na gut, das wollen wir nicht verraten, aber das, was danach kommt, fand ich echt lustig. Ich hatte da erst einen anderen Gedanken, was da jetzt passiert, um ihn wieder zu heilen, in Anführungszeichen, aber dass es dann so passiert, das hätte ich auch nicht. Ja, dass es dann so passiert, genau. Und der Gag ist ja auch noch ewig geritten worden. Also, der war schon an der Grenze zu, na, jetzt ist es langsam aber gut, aber es war gerade noch lustig. Ja, und so hat halt Deadpool wirklich ganz arg viele solche Szenen. Also nicht nur eine oder zwei, sondern wirklich ganz, ganz arg viele. Und ja, wie es ausgeht, sagen wir natürlich nicht, welchen Kniff es noch in dem Film gibt. Zerfallen alle zu Staub. Alle. Ja. Nee, nee, ich darf dich daran erinnern, so was, das Studio hatte nicht genug Geld für so viel X-Men. Ja, genau. Da gibt es noch eine schöne Szene. Andere schöne Szenen sind, dass zwei sehr berühmte Schauspieler auch einen Auftritt haben. Also einmal handelt es sich um den Superhelden-Vanisher. Der kommt auch im Abspann dann. Und der andere, der kommt, glaube ich, auch im Abspann. Das war einer der beiden Rednecks. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, habe ich auch im Abspann dann gelesen. Ja, genau. Also erkannt habe ich nicht, aber... Ja, aber einfach sensationell. Und das finde ich einfach sehr, sehr sensationell, weil Deadpool tatsächlich, die haben tatsächlich mitgemacht, die ganzen Leute, oder die ganzen Schauspieler auch, die hatten da irgendwie auch Spaß dran, glaube ich. Und... Das merkt man. Also das merkt man dem Film ja auch total an irgendwie, dass alle so richtig Bock auf diesen Quatschfilm hatten. Ja. Also das merkt man den Schauspielern so was von an, dass die da einfach so totale Lust auf diesen Film hatten, auf diesen Käse, der... Die CGI-Schlacht. Achtung, CGI-Schlacht. Das war einfach nur herrlich. Also wirklich herrlich. Es ist, denke ich, ein durchaus würdiger Nachfolger oder ein zweiter Teil. Mir hat ab und zu mal dieses einfach Neue so ein bisschen gefehlt. Man wusste schon, okay, er muss auf die Kacke hauen, egal wie. Natürlich auch mit der Sprache haut er extrem auf die Kacke. Ich finde es aber übrigens auch schön, dass es ja schon anfängt mit Wolverine und alles. Seine Liebe zu Wolverine ist einfach nicht hinzukriegen. Und ja, es sind so viele Sachen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen muss. Also die blinde Großmutter spielt auch wieder mit. Darf man nicht vergessen. Und natürlich eine tragende Rolle der Taxifahrer. Dieser indische da. Genau. Dopinder. Dopinder. Der ist einfach nur herrlich. Also Mr. Pool und so. DP. DP, ja. DP. Ich fand den auch wesentlich besser als den ersten Teil. Beim ersten Teil. Ja, was heißt auch? Ich fand den ja nicht unbedingt besser. Ich fand den wirklich eine würdige Nachfolger. Besser? Weiß ich nicht. Ich glaube, der erste hat mir einen Ticken besser gefallen. Ja, ich fand den jetzt besser, weil da fehlte halt oder hat sich halt diesen ganzen, ich nenne es mal Origin-Story, konnte man halt hier wirklich einfach weglassen. Ja, wie er dazu geworden ist, diese Quälerei und sowas da, was da im ersten Teil war, wo er dann so in diesem Sarkophag oder was das ist da liegt und wo dann die Experimente an ihm gemacht werden und sowas. Und ja, das war alles so, ging ziemlich lang und war natürlich nicht witzig, die Szene und das hat irgendwie so die Stimmung ein bisschen gedrückt und hier war es einfach nur Spaß. Und ich fand es auch recht cool, dass TJ Miller mit dabei war. Ich weiß ja, dass er gerade diese MeToo-Debatte und sowas, aber ich mag den, von seinem Schauspielerischen her mag ich den einfach total, weil er hatte so eine furztrockene Art, wie der manchmal irgendwelche Sachen rüberbringt und einfach auch total dreckige Sachen. Wie bei Silicon Valley, da haut er manchmal ein paar Dinge raus oder jetzt in der aktuellen Staffel ist er ja leider auch nicht mehr mit dabei, der hier das Weasel spielt. Ich bin ja mal gespannt, also ich habe jetzt im Nachhinein auch ein bisschen gelesen, dass er den einen von diesem, dieser, wie hieß der, Peter, der ganz normale Superheld, ja, der irgendwie keine Kraft hat und irgendwie rein stolpert da in das Casting. Der kam halt, weil, da stand ja dran, ihm hat die Werbung gefallen, hat die Ausschreibung gefallen. Und sie nehmen ja sowieso irgendwie gefühlt jeden, also auch den Venture, der gar nicht da ist und so und nehmen sie trotzdem. Ja, aber er war doch da, oder? Oder war er nicht da? Nee, im ersten Moment war er ja nicht da, den Damsen auch, ja. Jedenfalls habe ich gelesen, dass sie jetzt wohl den Peter da ein bisschen als dieses Comic Relief noch mit aufbauen wollen, weil jetzt TJ Miller nicht mehr dabei ist und so. Na, mal schauen. Also auf jeden Fall geiler Film. Ich gucke gerade mal hier bei Box Office Mojo, was der Film so eingespielt hat bis jetzt. Also der, oh, kommt gleich Top Story. Deadpool 2 launches with over 300 million worldwide. Na, nicht schlecht. Weil es ist natürlich auch ein sogenannter R-Rated-Film, der ja nicht das breite Superhelden-Publikum anspricht. Da macht sich der Film auch diverse Male lustig, so nach dem Motto, ja, ihr seid jetzt die Älteren hier, ihr habt die Kinder zu Hause gelassen und so. Wenn ihr wüsstet, was jetzt gerade eure Babysitter treiben, ja, also momentan, also gekostet hat er ja 110 Millionen. Das hat er allein schon in den USA, liegt er schon drüber, da hat er schon 125 eingespielt und im Ausland schon 176, also zusammen 301 Millionen. Ist schon gut. Also für 110 Millionen, für so ein, die Superhelden-Filme kosten heutzutage alle viel, viel mehr eigentlich, ne. Ist auch schon in der Budget-Richtung. Ja, wir haben ja auch gelernt, Superhelden-Landung sieht gut aus, aber tut echt weh. Boom. Knie. Ja. Also extrem empfehlenswert, dieser Film, Deadpool 2, wer ein bisschen auf so Erwachsenenhumor steht und ja, auch so ein paar Referenzen, da war ja echt, da war ja so viel drin mit irgendwelchen. Und ich habe die ganze Zeit im Film noch überlegt, wie hieß der Film, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, wie der im Original hieß. Und der Film mit John Cusack, wo auch dieses berühmte Zitat draus ist, I gave her my heart and she gave me a pen, warte mal, wie hieß denn der noch? Da kommt nämlich diese Szene her, wo der mit dem Ghetto-Blaster da unten steht, ist wirklich fast genauso und da lief auch glaube ich dasselbe Lied. Ah, ich finde es jetzt nicht, der hatte im Deutschen, im Deutschen hatte er nämlich so einen ganz komischen, genau, im Deutschen heißt er nämlich Teen Lover, jetzt fällt es mir ein. Und das ist nämlich ganz fatal, wenn man nach dem irgendwo sucht, im Internet, nach diesem Film, tut es nicht. Original heißt er Say Anything, genau, in drei Punkte. Ist nämlich auch von Cameron Crowe der Film, der ja auch einen meiner Lieblingsfilme Almost Famous gemacht hat und Jerry Maguire. Sehr empfehlenswerter Film, Say Anything oder Teen Lover im Deutschen. Vorsicht beim Googlen, not safe for work. Ja, da ist diese coole Szene draus, wo der da mit dem Ghetto-Blaster unten steht. Jo. Und viele andere Sachen gab es noch. Also gibt es ja, also sollte man natürlich erst sich auf die Seiten verirren, wenn man den Film gesehen hat. Und da gibt es ja Leute, die haben schon, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben schon Screenshots von dem ganzen Film gefühlt und haben da jede einzelne Szene und haben da irgendwas markiert. Und guck mal da, das Gebäude ist schon mal in den anderen Filmen sowieso aufgetaucht und das könnte das und das heißen. Und den Satz, den er da gesagt hat, das hat das zu bedeuten und so. Total irre. Ja, definitiv, ja. Was gibst du punktemäßig? Ich habe eben tatsächlich dann doch neun gegeben, weil ich es einfach mag, dass sie auch im zweiten Teil einfach nicht die Bremse reingedrückt haben, wo man vielleicht gedacht hätte, so boah, nach dem ersten, das war schon ein bisschen heftig. Aber das einfach, was auch mit der X-Force, mit der Gruppe da passiert, das ist einfach, man fragt sich schon so, wo führt das hin und das ist einfach schon super derbe. Die ganzen kleinen Anspielungen mit den X-Men, mit hier, mit da, mit Wolverine immer wieder. Aber es hat einfach megamäßig Spaß gemacht und wie gesagt, das ist eine tolle Unterhaltung, es ist toll gemacht. Ich habe jetzt da keine Schwächen erkannt. Klar, die Story ist vielleicht jetzt nicht so tiefgehend, aber gut, das habe ich jetzt in dem Fall auch nicht wirklich erwartet bei Deadpool, wenn ich ganz ehrlich bin. Frage mich allerdings, wie ein dritter Teil aussehen soll. Oh, da gibt es auch schon etliche Theorien im Internet, wo ich sagen muss, dass da irgendwie 80 Prozent von den Ideen, die da geäußert werden, mir sehr gut gefallen würden. Und ich bin einfach gespannt, was da passiert. Halt die Klappe, Thanos. Das ist einfach herrlich, wenn wirklich Deadpool zu Cable sagt, zu Josh Brolin, halt die Klappe, Thanos. Das ist irgendwie nichts heilig da, irgendwie. Aber sich, ach, wir haben ein, was gar nicht, der Soundtrack ist der absolute Knaller. Der Soundtrack, ja, oh. Da ist ja von DMX hier, X-Gon, Give It To You, bis hin zu Aha, einmal in der Originalfassung, Take On Me und einmal in einer sehr schönen nachgesungenen Version. Ja. Da ist irgendwie alles drin, von ACDC, ich will mal nicht zu viel spoilern. Ja, ACDC, was ist noch drin? Alles mögliche. Hier, Skrillexes mitdrehen, alles. Alles. Für alle war es drin, ne? Alles drin. Ja, extrem cool. Ich glaube, da werde ich mir den Soundtrack kaufen, weil da irgendwie hat mir da jedes Lied gefallen. Das Lustige ist, ich glaube, ich muss mir den gar nicht kaufen, ich kann mir den so zusammenstellen. Das habe ich alles zu Hause. Diese Aha-Version, diese Akustik-Version, die habe ich nicht. Also, da wüsste ich nicht. Ja, die fehlt mir. Ja, mal gucken. Jo, also, toller Film. Deadpool 2. Ich bin gespannt auf die Kommentare von euch, liebe Hörer. Schreibt es rein. auf kinocast.net. Und dann machen wir weiter im Programm. Ja, ich habe zwei Blu-Rays geguckt. Das eine ist eine Rezension, die mir zugeschickt wurde. Das werde ich aufs nächste Mal einfach vertagen. Das ist nämlich der Mann aus dem Eis mit Jürgen Vogel. Mein Lachen deutet das nicht falsch, der war gar nicht schlecht, der Film. Aber da mache ich jetzt mal noch eins, weil das hat ein bisschen düsteres Thema. Und dann kommt dein nächster Film, der scheint etwas lockerer zu sein. Der geht ganz schnell. Damit wir nicht hier mit einem düsteren Film enden. Ich habe nämlich, nachdem ich bei den Golden Globes hatte, war der Film nominiert als bester ausländisch-sprachiger Film. Ist eine deutsche Produktion, heißt Aus dem Nichts. Und als ich damals immer gehört habe, dass es diesen Film gibt und wer da mitspielt, nämlich Dianne Kruger. Da habe ich gedacht, okay, das ist nichts für mich, weil Dianne Kruger, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn die in irgendwelchen amerikanischen Filmen mitspielt und sich dann für die deutsche Synchronisation selber synchronisiert. Das klingt immer total schlecht und auch so vom Schauspiel her. Konnte ich mit der bis jetzt noch nie irgendwas anfangen. Und deswegen hatte ich gegenüber dem Film Vorurteile und habe dann aber immer mehr gehört, dass der richtig gut sein soll. Und ich hatte ja auch Einladungen zur Pressevorführung. Da bin ich auch ziemlich penetriert worden mit Mails und so. Ja, das ist ein guter Film. Mal angucken. Habe ich nicht wahrgenommen. Und dann hat er tatsächlich, hat Fatih Akin den Golden Globe gewonnen für den besten ausländisch-sprachigen Film. Da habe ich gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall mal gucken. Und wir werden mal sehen. Ich habe es leider nicht ins Kino geschafft damals. Und der lief auch irgendwie nicht so wahnsinnig lange. Jetzt gab es den aber auf Blu-ray. Ich hatte mir den gleich vorbestellt gehabt, deswegen kam der dann relativ schnell. Und ja, ich fange mal an. Also in der Handlung geht es darum, dass die Diane Kruger, die Rolle heißt Katja im Film, die ist mit einem Kurden verheiratet. Die leben in Hamburg und haben einen sechsjährigen Sohn. Denen geht es relativ gut. Also sie haben dann ein sehr, sehr schönes Haus und so. Das sieht man dann schon, also dass die jetzt nicht irgendwo in einem Problemviertel oder so wohnen. Und er hat aber so eine gewisse Knastgeschichte, also er hat mal als Drogenhändler gearbeitet, ist eingebuchtet worden, hat sich aber im Gefängnis geläutert und hat sogar im Gefängnis BWL studiert. Und arbeitet jetzt in Hamburg und hilft Flüchtlingen und Migranten zum Beispiel mit Übersetzungsthemen oder mit einfach mit wirtschaftlichen Sachen, mit steuerlichen Dingen, alles, wo sich vielleicht viele nicht so auskennen. Und die Diane Kruger, die bringt mal ihren Sohn in das Büro, weil sie noch irgendwie einen Termin hat. Und als sie dann ihn wieder abholen will, ist die ganze Straße abgesperrt und sie weiß erst gar nicht, was da los ist und versucht ihren Mann zu erreichen und geht nicht ran. Und sie kommt aber auch nicht bis dahin und sieht aber irgendwie, dass da was mit dem Haus ist, wo ihr Mann auch das Büro drin hat. Und ja, man stellt dann halt fest, dass vor dem Haus eine Bombe explodiert ist. Und sie war auf einem Fahrrad hinten drauf, da war so eine Box, wie so eine Transportbox auf dem Fahrradträger. Und sie kann sich erinnern, dass sie da früh eine Frau gesehen hat, die das Fahrrad dort abgestellt hat und das Fahrrad nicht angeschlossen hat. Und sie hat die Frau noch darauf hingewiesen, gesagt, hier, ich würde es lieber anschließen, nicht, dass es noch wegkommt oder so. Und hatte das auch der Polizei gemeldet. Und sie wird ja dann auch von der Polizei gefragt und die Polizei vermutet erstmal, dass das irgendwas mit der Vergangenheit von ihrem Mann zu tun hat, nämlich mit dieser, weshalb er auch im Knast gelandet ist. Und schließt erstmal jegliche rechtsgerichtete Anschläge erstmal völlig aus. Und die Katja, also die Diane-Kruger-Rolle, sie ist sich aber relativ schnell sicher, dass das eben nichts mit irgendwelchen anderen Geschichten zu tun hat, weil ihr Mann hat ein absolut sauberes Geschäft betrieben. Und der Film, es geht natürlich dann zum einen darum, wie sie mit der Trauer klarkommt, wenn jetzt plötzlich aus dem Nichts, wie auch der Film halt heißt, ihr die Familie genommen wird, womit eigentlich keiner so rechnet. Jetzt im Normalfall, jetzt, ja, liebe Hörer, stellt euch einfach mal vor, die Personen, die ihr am meisten lieb habt, sind plötzlich jetzt von einem Tag auf den anderen weg. Also jetzt nicht mal irgendwie eine Krankheit, die sich irgendwie noch eine Weile hinzieht, sondern plötzlich von einem Moment auf den anderen steht ihr ohne da. Und so geht es ihr halt auch und sie muss damit klarkommen, die ihre Familie und die Familie ihres Mannes, die versuchen, sie da ein bisschen aufzufangen. Wobei die aber auch alle sich gegenseitig ein bisschen Vorwürfe machen, also ihre Mutter, die sagt halt auch, ja, was hast du dich überhaupt mit so einem Ausländer eingelassen? Und das sind halt auch solche Themen und die ausländische Familie, die wollen halt die Leichen auch mit zurücknehmen nach Kurdistan und sowas, das will sie natürlich auch nicht. Da sind wirklich sehr, sehr starke emotionale Szenen, die einen wirklich extrem mitnehmen, wenn man selber Kinder hat und so und das Kind ist da gestorben und das nimmt mich immer total mit. Und dann beginnt eigentlich so ein zweiter Teil von dem Film, da geht es um diese ganze Gerichtsverhandlung, wo sie auch auf eigenen Wunsch, obwohl sie nur eine Nebenklägerin ist, mit anwesend ist. Und sie möchte das auch mit anwesend sein und sie muss dann halt durch, durch diese ganzen Beschreibungen von den Gerichtsmedizinern auch, wo dann beschrieben wird, welche Verletzungen diese Opfer erlitten hatten von dieser Nagelbombe. Und das war ja alles ganz, ganz furchtbar, welche Verbrennung und was alles. Ach, da ging es mir dann beim nächsten Mal richtig total mies, wenn man das so hört, wenn es so um die Kinder. Und dann gibt es noch einen dritten Teil in dem Film, wo sie quasi dann Rachepläne schürt, wo sie dann zum einen versucht, dann denen auf die Spur zu kommen, wie das alles so oder will sich dann auch an denen rächen. Und wie das jetzt ausgeht und was da so passiert, das will ich natürlich nicht verraten. War aber wirklich ein extrem starker und guter Film. Also ich würde auch sagen, es war wirklich der beste deutsche Film, den ich seit längerer, längerer Zeit gesehen habe. Das ist mal so ein Film im Gegensatz zu diesem Sneak-Film, den wir hatten. Der packt wirklich ein ganz, ganz heißes Eisen an und macht wirklich Themen auf, die bewegen und bleibt hier nicht so ganz kurz unter der Wasserlinie, sondern nimmt einen wirklich auch mit. Und auch die schauspielerische Leistung, hätte ich nie gedacht, dass ich Diane Kruger das so abnehmen werde, wie die das in dem Film gespielt hat. Sie hat dann noch so ein, achso, Dennis Moschito spielt noch mit, den kennt man auch aus diversen deutschen Filmen oder ich glaube ich Chico hatte der auch mitgespielt und so. Also der spielt ihren Anwalt, der sie dann vertritt und der berät sie dann auch so ein bisschen in dem Ganzen und wirklich ein Film, den man gesehen haben sollte, der einen wirklich voll mitnimmt. Also wen das kalt lässt, also der weiß ich nicht und auch dieses ganze Thema ist natürlich eine deutliche Anlehnung zu diesem nationalsozialistischen Untergrund, zu diesen Anschlägen, obwohl es hier in dem Film nur ein Anschlag ist, wo halt ihre Familie das erwischt. Das ist jetzt nicht so eine Anschlagsserie, aber diese ganze Art und Weise, wie die Polizei damit umgeht, da gibt es schon deutliche Parallelen. Also wo halt erstmal, Stichwort Dönermorde, ja, wo erstmal gesucht wird, ja, was hat ihr Mann, hat der Dreck am Stecken? Also da wird dann bei ihr, bei der trauenden Frau noch Hausdurchsuchung gemacht und wird sie noch behandelt wie eine Verbrecherin, die vielleicht irgendwas versteckt, was vielleicht damit zu tun hat und extrem starker Film, sehr empfehlenswert, aus dem Nichts angucken. Aus dem Nichts, okay. Vielleicht auch, jetzt nicht gerade für Matheunterricht, aber vielleicht auch mal ein Thema für die Schule, so für Ethik oder so. Ja, für den Politikunterricht. Ja, Politik oder Ethik oder so, weiß nicht. Ja. Puh, also das, starker Tobak, 106 Minuten geht der, also etwas über zwei Schulstunden. Und der, über das Ende kann man sicherlich diskutieren und das ist aber auch so ein Ende, was in Erinnerung bleibt. Hammer. Mich wundert es ja, dass er nicht als deutscher Kandidat bei der Oscar-Verleihung vorgeschlagen wurde, zumal er ja auch bei den Golden Globes gewonnen hatte. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn der da auch abgeräumt hätte. Also, ja. Okay. Gut. So, und jetzt kannst du die Stimmung wieder retten. Nee, kann ich leider nicht. Mädel, Mädels, Mädel. Ich würde gerne mit Mädels-Trip, also nicht Mädels-Trip, sondern Mädels, Mädel, Mädels-Trip. Jetzt, oh Gott, das will. Ja. Da bin ich mehr oder weniger heute so reingeschlittert, den zu sehen. Das war so ein Verlegenheitsgucken, so, was gucke ich während dem Essen, gucke ich halt das und bin dann doch noch voll hängen geblieben. Ach, das habe ich heute auch beim Durchzappen gesehen, fällt mir gerade ein, aber ich bin nicht dabei geblieben. Also, das ist ganz schnell gemacht. Es geht um Emily Middleton, die wird gespielt von Amy Schumer. Die ist so, ja, wird von ihrem Freund sitzen gelassen, kurz vor dem Urlaub. Und, ja, wie es halt dann so ist, da nimmt man halt die Mama mit und die Mama ist so ein bisschen übervorsichtig. Das ist die Linda, gespielt von Goldie Botox Horn. Also, meine Güte, ich habe Goldie Horn echt anders in Erinnerung gehabt, wie in diesem Film. Die hat kaum noch Mimik, die gute Frau. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich kaum noch Mimik. Das ganze süße Lächeln von früher ist einfach völlig dahin. Die großen Augen, ist alles völlig dahin. Also, ich war erschrocken. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich erschrocken. Und, ja, worum geht es halt? Wie gesagt, die gehen zusammen ins Paradies. Es passieren ganz viele unvorhergesehene Sachen. Es passieren unbeabsichtigte Morde. Es kommt so eine Verfolgungsjagd quer durch den Dschungel. Es ist so ein Zusammenfinden von Mutter und Tochter. Und es ist mit der größte Bullshit, den man sich anstehen kann. Also, Goldie Horn ist immerhin 73 Jahre alt. Ja, aber man kann auch in Würde altern. Und Goldie Horn ist halt irgendwie da. Das größte Bullshit, sagst du. Okay. Ja, also, ich fand ihn ganz, ganz, ganz furchtbar. Die Witze sind ganz arg schlecht. Oder auch, oh, sie hat sich einen Bandwurm eingefangen. Oh, wie kriegen wir den raus? Ja, ach, sie haben schon Hunger. Ach, das liegt bestimmt an dem Bandwurm. Ja, dann halten wir, sorry, doch einfach hier. Dann kriegen sie so eine Maulsperre und dann halten wir ein Stück Fleisch vor ihrem Mund. Dann kommt der Bandwurm schon raus, weil er Hunger hat. Hä? Ja, genau. Hä? Und der Bandwurm kommt natürlich dann auch wirklich raus. Und dann hat man den Bandwurm aus dem Mund und rennt dann. Oh, nee. Oh, das klingt ja furchtbar. Es ist komplett furchtbar. Es ist komplett peinlich, weil es halt nicht wirklich lustig ist. Und deswegen, ich will gar nicht lang rummachen. Es ist einen großen Bogen um diesen Film machen, meiner Meinung nach. Es ist, Fremdschämen ist noch das Netteste, was man zu dem Film sagen kann. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich nehme es auch Goldie Hawn zu keiner Sekunde auch nur ihre Rolle ab, weil auch die einfach nur völlig Banane und völlig Plem Plem ist. Und auch was alles so unvorhergesehenes passiert mit ich töte da den Sohn des Drogenbosses und der macht nichts wirklich, außer mich verfolgen und so Zeug. Und dann kann ich den auch noch überwältigen. Also wie gesagt, Finger weg von Mädels Trip. Das steht zwar, gilt als Actionkomödie und dauert 97 Minuten. Aber die 97 Minuten, die kann man viel schöner verbringen. Die Top Ten der Sachen, was schöner ist wie die 97-Mädels-Trip auf Platz 10, wäre zum Beispiel 97 Minuten auf der Toilette mit seinem Handy sitzen. Fände ich schon spannender. Okay. Also wie gesagt, Finger weg. Ich bin tatsächlich da bei... Ja, einer wäre zu gemein, weil es geht schlechter geht immer. Also zwei von zehn Punkten. Ganz mies. Boah, das ist echt. Echt schlecht, hui. Also wirklich echt schlecht. Ganz, ganz gut. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe nur, da war so eine Stelle, da waren sie gerade irgendwie in der Küche oder so und dachte ich, okay, sieht jetzt nicht so wahnsinnig witzig aus. Aber ja, ich habe auch gerade mal geschaut. Also der hat in den USA oder insgesamt weltweit kaum etwas mehr eingespielt, als er gekostet hat. Also da wird man wohl nicht viel mehr davon sehen, zum Glück. Tja. Das klingt ja ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Hey, hey, hey. Im Original heißt er wie Snatched oder sowas. Also... Genau, deswegen habe ich das gerade mal rausgesucht. Ja, mal gucken, was da vielleicht jetzt im Kino andläuft, was da vielleicht besser ist. Kino-Charts und Neustarts. Zuerst die Charts. Da ist in Stuttgart, oh, Platz 11 muss ich doch mal nennen. Drei Tage in Kiberon hat man das nie gehabt. Mir hat er gut gefallen. Platz 10, der Sexpakt. Platz 9, Early Men. Steinzeit bereit. Über ein eiszeitliches, nee, steinzeitliches Fußballspiel. Platz 8, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Platz 7, Sherlock Gnomes. Platz 6, Wahrheit oder Pflicht. Platz 5, Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Platz 4, ein neuer Amy Schumer Film, nämlich I Feel Pretty. Platz 3, Deadpool 2, nur davor ist Platz 2. Rampage Big Meets Bigger und Platz 1 ist The Avengers Infinity War. Aber das kann ich nochmal. Ja, ich denke, das wird sich jetzt aber ändern in der nächsten Woche. Ja, ja, das denke ich auch. Wenn das volle Wochenende drin ist, weil wir haben ja jetzt Sonntag, Tag der Aufnahme. Ich denke mal, da gehen jetzt am Montag am Feiertag und so vielleicht noch welche rein. Ja, jetzt sind ja auch Schulferien, da gehen viele Kids noch ins Kino. Ja, das ist natürlich schwierig jetzt, weil es startet ja diese Woche ein neuer Film, der wahrscheinlich unwesentlich an der Kinokasse performen wird. Nämlich Solo Star Wars Story. Ja. Ja, das... Ja, Mittwochabend, ne? Bin ich ja, bin ich gespannt, wie sich das dann ganz vorne verschiebt, ob dann Deadpool 2 dann irgendwie hinten runterfällt oder mal gucken. Es startet auch noch Euphoria, ein Drama mit Ava Green und Alicia Vikander in den Hauptrollen, als zwei voneinander entfremdete Schwestern, die einen schicksalhaften Urlaub gemeinsam unternehmen. Louis und die Aliens, ein Animationsfilm über die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem Zwölfjährigen und drei Aliens, die das Leben auf der Erde ganz schön durcheinander bringen. Ähm, in den Gängen, ein Drama mit Sandra Hüller und Franz Rogowski über den Mitarbeiter eines ostdeutschen Großmarktes, der sich in die Kollegin im nächsten Gang verliebt. Oh Gott, klingt nach einem Sneakfilm. Könnte auf den Tipp mit wer passen. Wer? Ja. The Happy Prince, ein biografisches Drama über die letzten Jahre des Schriftstellers Oscar Wilde, der nach seiner Haft wegen einer homosexuellen Beziehung nach Paris fliegt. Flieht, nicht fliegt, Entschuldigung. Ähm, was läuft noch? Ein, ein Anime. Detektiv Conan Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv. Dann noch Ein Leben. Äh, nach der gleichnamigen Romanvorlage von Guy de Montpassant, um die lebenslustige Jeanne, die in der Ehe mit dem untreuen Julien zu ersticken droht. Und, was ist das hier? Ähm, nee, das ist ein Doku, Doku, Doku. Läuft nicht bei uns. Nö, das war's dann schon. Traut sich niemand mehr, was Nennenswertes entgegenzusetzen, der Star Wars Story. Zumal da jetzt auch noch Avengers laufen und Deadpool. Und Deadpool, ja. Ich glaub, da passiert nicht viel. Okay, dann mach ich mal hier einen Blick in die Serienwelt. Serien. Ich hab ne Hausaufgabe bekommen vom Thomas. Denn, ähm, der Thomas hatte, äh, oder ich hatte ja irgendwie gefragt, ähm, ach genau, hier hab ich die E-Mail. Eine offene Hausaufgabe gibt es. Und zwar, dass du die Serie Lost in Space sichten wolltest. Du hattest es eigentlich vor zwei Ausgaben schon erlegen wollen. Ja, tut mir leid, dass ich ein Leben hab neben dem Kinocast. Ähm, ja, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ich hab jetzt tatsächlich mal reingeschaut. In Lost in Space gibt's ja auf Netflix. Und wenn ich mich dunkler erinnere, fand die Katie-Serie gut. Die hat, glaub ich, auch die Serie. Exakt, ja, die hat's ziemlich gefeiert, ne? Komplett guckt. Jetzt muss ich auch mal sehen, dass ich da nicht zu sehr, weil ich fand die nicht so gut. Ähm. Hoppala. Ja. Also, puh. Also, in der Serie ist, glaub ich, schon eine Weile her, dass die Katie's vorgestellt hat, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich stell's mal kurz vor. Ähm, wir lernen die Familie Robinson kennen, die am Anfang in einem Raumschiff ist. Und wir erfahren dann so ein paar Rückblenden, wo die eigentlich hergekommen sind. Und dieses Raumschiff macht so eine Notlandung auf so einem Planeten. So, das ist ziemlich eisig und kalt auf dem Planeten. Ähm, und da versinkt das Raumschiff auch noch in so einer Wasserlache, die dann auch noch gefriert. Also, sie haben dann auch kein Raumschiff mehr. Und sie hängen dann irgendwie fest. Und dazu kommt noch, dass sie, ähm, dass es in der Nacht wohl sehr, sehr kalt werden soll. Und da kommt dann die eine auf die Idee, hey, ich tauch da runter zu dem Raumschiff und hol da irgendwelche Batterien raus. Und ich kann das, ich schaff das. Und nein, sie schafft es nicht. Ähm, und sie steckt dann halt fest, weil dieses Wasser gefriert, äh, wo das Raumschiff versunken ist. Und die steckt dann in ihrem Raumanzug, wo sie noch ein bisschen Luft drin hat, irgendwie in diesem Eis fest. Und die anderen versuchen die halt irgendwie zu retten. Und der, der eine Sohn oder, ja, der eine Typ, sag immer so, junger Mann, ich glaub die, nee, doch, das ist der Sohn. Äh, der kommt auf die Idee, hey, äh, ich hab da irgendwie in der Ferne so einen Berg gesehen. Das ist Magnesium. Äh, wir holen Magnesium und zünden das an. Und wenn wir das da oben drauflegen, dann wird das so heiß, dass das Wasser, äh, dass das Eis wieder zu Wasser wird. Und dann, äh, kann seine Schwester raus. Und bei dieser Bergung des Magnesiums geht noch ein bisschen was, äh, schief, weil der Sohn, der rutscht dann mal so ein, so ein, so ein Abhang runter und ist dann plötzlich in einer ganz anderen Welt, ähm, wo wirklich grüne Bäume wachsen und sowas. Also der ist irgendwie in der unteren Ebene von dieser Welt und der Vater geht dann, der mitgegangen ist, der geht mit dem Magnesium zurück und dann wollen die halt das, ähm, das Eis da auftauen. Die Mutter, die hatte sich auch noch, äh, verletzt gehabt. Die hatte irgendwie ein gebrochenes Bein. Das hat dann die, die jüngere Schwester, also wir reden hier von welchen, die irgendwie so 10, 12 Jahre alt sind, ne, hat die dann mit einem, ähm, mit einem Skalpell aufgeschnitten. Die Schwester, die andere Schwester, die im Eis steckt, die hat der per Ferndiagnose festgestellt, was mit dem Bein ist, ja, über Funk. Und die andere, die oben, die überhaupt keine Ahnung hat von der Sache, die hat mit einem Skalpell das Bein aufgeschnitten, weil da irgendwas zu machen war. Was sich, was nicht ganz erklärt wurde, aber sie sollte auf jeden Fall das Bein von oben nach unten aufschneiden, damit der Knochen, damit da irgendwas gemacht werden kann. Ähm, ja. Ja, der Film, äh, die Serie, ich hab, ich hab, ich hab mehrmals gedacht, äh, ich muss abbrechen, weil es einfach so dämlich ist. Ähm, also genau das, was ich jetzt so beschrieben hab, ähm, ich mag ja so, so Filme und Serien, die so, ja, die so ein bisschen wissenschaftlich untersetzt sind, ja, wo man sagt, ja, das könnte sein, dass das so ist. Oder, ja, das macht Sinn. Ja, und auch selbst bei Star Trek gibt's viele Sachen, äh, wo man denkt, ja, okay, das, das könnte so passen, ja, also irgendwelche, irgendwelche Gefährte oder, oder was sie auch tun oder sowas. Aber hier, es war einfach sowas von dämlich, was da passiert ist. Also, das, 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 das schreit zum Himmel, ja, äh, äh, unglaublich, also, also nur die paar Sachen, die mir jetzt noch so einfallen, ja, ähm, zum Beispiel, dann sagen die, hey, das wird hier minus 60 Grad, äh, deswegen gefriert ja auch dieses Wasser. Das gefriert dann übrigens ganz, ganz plötzlich, also während sie noch im Auftauchen ist von unten, gefriert das Wasser von oben her wirklich schlagartig, ne, ich mein, okay, kann ja sein, dass es da solche Witterungsbedingungen gibt, ja, ähm, aber, dass dann oben, wo es minus 60 Grad sind, alle ihren Helm absetzen, ja, und, äh, einfach so die normale Luft atmen, minus 60 Grad, bravo, sag ich nur, ne, also, es gab schon so eine dämliche Szene, dass die eine Frau, äh, meinte, sie muss ihren Helm absetzen, um zu probieren, ob man die Luft atmen kann, ne, ich mein, sie hatte zwar gesehen, dass bei dem einen Typen so ein kleiner Riss im Anzug war und hat daraus geschlossen, hey, naja, wenn das jetzt nicht atembar wäre, dann wäre der ja schon tot, also kann ich ja meinen Helm absetzen, ja, wir reden hier von Wissenschaftlern, oh, wir reden hier von Wissenschaftlern, die auf eine Besiedlungsmission geschickt wurden in fremde Welten, ja, also von Leuten, die, an sich eigentlich Ahnung von der Sache haben, ja, genauso dieser, dieser Riss, den der Typ da im Anzug hat, ja, äh, äh, hey, solche, selbst die alten, äh, russischen, äh, Raumanzüge hatten eine Dekompressionswarnung, also wenn da irgendwo ein Riss drin gewesen wäre, da wäre da irgendwo eine Warnlampe angegangen, oder, die, das spielt hier irgendwo in der Zukunft, dann, was ich ganz, ganz furchtbar fand, äh, ich hatte es am Anfang, hatte ich es auf Deutsch angefangen zu gucken, die deutsche Synchro, boah, Halleluja, ist die schlecht, ähm, da denkst du wirklich, da, da hat irgendein, vor allem die Kinder, ganz, ganz schlimm, also Kinderdarsteller, die sind eh furchtbar hier in der Serie, aber, die, diese Synchro noch von den Kindern, also ich weiß nicht, welche Kinder, in welchen Kindergarten sie da gegangen sind und gesagt haben, hey, hier hast du mal einen Zettel, lies mal den Text vor, ah, die ist ja ganz, ganz furchtbar, ich habe dann, äh, auf Englisch umgeschaltet, ähm, und dann hat diese Serie, hat ja immer solche Rückblenden, und normalerweise ist es so, bei irgendwelchen Serien, ich meine, selbst bei Lost, ja, da waren auch immer Rückblenden, da hast du dann gewusst, ah, okay, deswegen agiert die eine Person jetzt so, warum sie agiert, da haben die alle irgendwie Sinn gemacht, die Rückblenden, aber hier haben, die sind ja einfach völlig sinnlos, die erklären einfach nur so ein bisschen die Vorgeschichte, völlig irrelevant, also, oh, war das ein Bullshit, also, sorry, an alle, denen das jetzt gefällt oder so, aber, pff, für mich war das absolut nichts, also, ich bin halt mehr für solche Sachen wie Der Martianer oder so, wo man, ja, wo so das Überleben auf die Probe gestellt wird und nicht, wo alle einfach nur so absolut dämlich reagieren und Sachen machen, wo man sagt, so, hey, lass uns mal überlegen, wie man da jetzt runterkommt zu den Raumschulen, ah, ich spring schon mal rein, ich hole jetzt, weißt du, solche Aktionen, ist einfach völlig sinnlos, ist, ich saß da, meine Stirn war rot vom Facepalm die ganze Zeit, also, boah, und dann, oh, nee, 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 war das, hast du das Richtige angeschaut, ja, also, ja, Lost in Space, die neue Netflix-Serie, und dann haben die auch noch, äh, haben sie natürlich auch noch Kontakt mit einem, mit einem außerirdischen Wesen, ja, ähm, das ist ja noch, das ist ja noch halbwegs cool da, die, die Szenen und so, die, die dann so passieren, aber, nee, nee, nix für mich, sorry, sorry, Thomas, falls dir das gefällt, und du jetzt nur von mir der Bestätigung haben wolltest, das ist eine gute Serie, mir gefällt's nicht, es ist nicht mein Ding, aber es gibt ja genügend anderes im Netflix, was man gucken kann, und mir gefallen wieder andere Sachen, aber das, ein Satz mit X, das war nix, Lost in Space. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ist der Kate, die hat's gefeiert, meinst du, ja. Und Kate hat's ziemlich gefeiert, ja. Ja, kann man, Geschmäcker sind halt verschieden, ist halt so. Für mich war's nix. Ähm, okay, ich hab grad gesehen, die Kate hat mir ein paar E-Mails geschickt, weil sie ist ja heute leider nicht dabei, für alle, die's noch nicht gemerkt haben, ähm, denn, wir kommen nämlich jetzt so langsam in die Rätselnge. Solltest du nach einer Stunde, falls es euch nicht auffällt. So, wir hatten ja, aha, jetzt muss ich erstmal gucken, erstmal sichten, was das hier für Mails sind. Film-Zitate raten. Wenn ich das richtig sehe, sind drei Lösungen eingegangen für mein Zitate raten. Okay. Jetzt muss ich mir selber erstmal noch meine Datei aufrufen, um zu sehen, was ich überhaupt für ein Zitat hatte. Ja, genau. Ich kann einfach, äh, ich kann nicht einfach aufhören, ich werde von meinem Wunsch nach Rache getrieben. Ist natürlich aus dem Film Oldboy. Und wir haben, oder es sind drei E-Mails bei der Kate eingegangen. Die sind alle richtig auch, aber das war ja nicht das Kriterium. Ach nee, Entschuldigung, eins ist falsch. Nämlich von Michael Kastner. Ähm, und, ja, Chris, sag mal, eine Zahl zwischen eins und drei. Die nehme ich dann, die, in der Reihenfolge, wie die Kate's geschickt hat. Das ist die von, von Michael Kastner. Hey! Der das falsch hatte, äh, ist als zweitig eingegangen. Ähm, aber macht ja nichts. War ja nicht das Thema. Äh, Michael Kastner, du hast eine Blu-ray gewonnen von, hier liegt sie noch, noch eingepackt von Deepwater Horizon. Jawohl. Und den Oldboy, den du jetzt nicht richtig gerannt hast, den guckst du auch nochmal, der ist nämlich gut. Jawohl. So. Dann haben wir das gelöst. Ich schreibe es mal hier kurz rein. Michael Kastner, der hat auch freundlicherweise gleich seine E-Mail, äh, seine Adresse mitgeschickt. Und da werde ich ihm das gleich zuschicken. Das ist cool. Ich habe leider kein neues Zitate-Rätsel für heute. Und Kate ist auch nicht da für ihr Film-Rätsel. Oder hast du was? Äh, nein. Okay. Soll ich mir jetzt das so zu den Fingern saugen, oder? Nicht, nicht nötig, nicht nötig. Danke. Äh, so, dann gucke ich hier mal rein, was so für Kommentare eingegangen sind auf kinocast.net. Da war auf jeden Fall einer vom Thomas dabei, habe ich in Erinnerung. Und einer von mir, das war ein Testkommentar, weil irgendjemand gesagt hat, das geht nicht. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann ging es. Wie es halt immer so ist, ne? Na? Warum geht das, warum öffne ich jetzt meine Seite nicht? Jetzt gucken wahrscheinlich alle gerade drauf, was so in das Nikon. Hm. Hm. Kann ich dir helfen? Erzähl mal einen Witz, um die Zeit zu befrücken. Was ist braun, süß und läuft durch den Wald? Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Du hast mich gestern das schon gefragt. Schokolade. Was steht im Tor und hat Wahnvorstellungen? Paranoia. Paranoia. Warum öffnet das? Er jetzt öffnet es. Was war denn hier los? Meine Güte. Was ist grün und klopft an die Tür? Green Lantern. Ein Klopfsalat. Der Thomas hat geschrieben, der wegen dem Doctor Who, es handelt sich um alte Folgen, die die Firma Panda Storm nach und nach auf Deutsch in zwei Varianten in den Handel bringt. Da ging es wahrscheinlich um diesen Film, den er da geguckt hatte. Ja. Ja. Das war eher so dein Thema. bin ich nicht so, weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das völlig Banane ist. Ja. Ich habe, ja. Wird schon stimmen, nehmen wir an. Ja, genau. Ich gucke mal, was so bei den Amazon Affiliate Links genutzt wurde in der vergangenen Woche. Denn, ich musste jetzt auch die Seite hier wegen Datenschutz-Grundverordnung, sowas habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt da mit allen möglichen Themen und die Amazon Affiliate Links, die lasse ich aber natürlich noch drauf, weil ist ja dann wichtig auch hier so für die ganze Finanzierung dieses Hobbys. Ja, das Pinguin-Prinzip, wie Veränderung zum Erfolg führt, hat jemand gekauft. Das ist ein grandioses Buch, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ein Buch. Ja. Also es ist auch relativ schnell gelesen, es ist eigentlich mehr ein Aufsatz, aber es ist sehr, sehr cool. Okay. eine Polar-GPS-Laufuhr M400R. Hä? 124 Euro. Das ist eine riesig tolle Laufuhr, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Warst du süß zu tun, als hättest du alles gekauft? Ne, habe ich auch nicht, aber ich dachte jetzt. Achso, naja, ne. Ne, ich, da ich, ich brauche keine, keine Laufuhr in dem Sinne, weil ich jogge ja eh mit meinem Telefon, mit meinem Handy und das nutze ich dann die Runtastic App und die macht eigentlich dasselbe. Und ich habe da so einen Brustgurt dafür noch. Ähm, was ist das hier? Nitrill-Handschuhe. Was sind denn das? Style Black Nitrill-Handschuhe. So für Safe-Knacker oder was, damit hier keine, keine Fingerabdrücke hinterlassen werden. Das ist ja so eine riesen Packung hier. zweimal hundert Stück. Boah, krass. Eine Unterwasserkamera hat jemand gekauft? O-T-H-A Action 4K. Boah, nicht schlecht. 4K? Ultra HD, tatsächlich. Mit welcher Bildwiederholrate? Steht nicht da. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Okay, äh, viel Spaß damit. Äh, was ist das? Ein äh, Wild Wildness heißt das. Was ist ein Wildness? Ach, Snow Patrol. Neue CD oder was? Von Snow Patrol. Artikel erscheint am 25. Mai. Steht aber, steht aber schon in der Bestellliste drin. No, Snow Patrol. Ist gut. Die hatten ja dieses, wie ist das? Run. War cool. Ähm, Irish Heart hat noch jemand bestellt. Limitierte Fanbox. Och, von der Kelly Family. Ha, ha, ha. Viel Spaß damit. Danke an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben und auch, äh, weiter nutzen. Auch alle, die den Kinocast vielleicht auch auf anderen Wegen unterstützen, damit er regelmäßig jede Woche dann auf eure Ohren kommt. Wer da Möglichkeiten finden möchte, ganz oben gibt's den Punkt, ähm, der heißt, danke für eure Unterstützung. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Angefangen von Auphonic-Spenden über PayPal über Bitcoin bis hin Amazon gibt's ja ein paar Affiliate-Links. Ansonsten hab ich jetzt mal äh, neuen Punkt hier mit reingebracht. Der findet sich auch ganz oben bei Danke, nämlich der heißt Datenschutz slash Guidelines, ähm, wo zum einen mal, wo ich mal aufgelistet hab, das Thema Sponsored Content, weil es kommen da immer wieder Anfragen von irgendwelchen dubiosen, äh, Veranstaltungen, die irgendwelche Glücksspiel-Sachen, die irgendwelche Content unterbringen wollen oder irgendwelche, ja, irgendwelche, ähm, Pillen verkaufen wollen und sowas und dass ich denen einfach mal den Link schicken kann, so eine Art Code of Conduct hier für den, für den Kinocast einfach, wo draufsteht, äh, um welche Themen es hier gehen soll, nämlich um Kino-Themen, Kino, Film, Fernsehen, alles, was damit zusammenhängt und eben nicht um irgendwelche, ja, Gambling, Violence, Weapons und so weiter, ähm, dann kann ich denen das nämlich schicken und dann wissen die Bescheid und auch, dass, äh, ja, welche Werbung wir nutzen, was hier für Tracker installiert sind und eben auch jetzt ganz neu diese Datenspeicherung gemäß Datenschutz-Grundverordnung, die ja am 25.05. in Kraft tritt, ähm, da gibt es ja, gerade wenn man im kostenlosen Bereich arbeitet wie wir, ähm, also wir nutzen zwar diverse bezahlte Plugins für das WordPress hier, aber wir nutzen natürlich auch viele kostenlose Plugins, die gute Arbeit leisten, weil da gibt es ja eine reichhaltige Community, da gibt es auch wiederum Plugins, dass sie sehr, sehr viel Daten irgendwo nach, wenn auf irgendwelche dubiosen Quellen oder nach irgendwelchen dubiosen Server und übertragen und das habe ich jetzt auch mal alles mal so ausgemistet und wir haben jetzt eigentlich, ja, ich nutze auch keinen Akismet mehr, den, den Spam-Filter, sondern Anti-Spam-Bee, ähm, die, wer immer viel kommentiert hat, wird feststellen, dass das Kommentarfeld jetzt ein bisschen anders aussieht, weil das war früher dieses Jetpack-Kommentare, wo man auch nicht genau wusste, was passiert da mit den Daten, die dort erfasst werden und ansonsten ist es eigentlich nur noch die, die Share-Buttons, aber da wisst ihr ja selber, wenn ihr dann irgendwo drauf drückt, äh, was dann passiert und ihr seht ja auch die Button, das ist jetzt nichts Geheimes, also, ähm, das dann eben auch von Facebook zum Beispiel gelockt wird, auf welchen Seiten ihr wart und wenn wir Gewinnspiele machen, außer jetzt dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, ähm, nutze ich ganz gerne diese, diese Google-Dokumente auch für das, äh, Tippspiel, weil das macht es ganz einfach viel einfacher, die Daten dann, äh, zu erfassen und zu verarbeiten und wird dann aber nach den Gewinnspielen nutze, lösche ich dann immer wieder diese Google-Dokumente mit den Adressen, gerade wenn da jetzt mehrere Leute, da wird nichts gespeichert, ja. Ansonsten haben wir eigentlich nichts, wenn noch jemand Fragen zu dem Thema hat, soll sich einfach mal an mich wenden, nicht gleich mit Anwälten um sich werfen hier, sonst muss ich meinen Anwalt dann erst wieder kümmern. Jo, ähm, das dazu, war ja ein aktuelles Thema und ansonsten, haben wir noch was? Äh, abschließend noch, es wurden 70 weitere Folgen von Rick und Morty angekündigt. Ah, ja, sehr gut. Ich habe heute gerade zufällig drei geguckt, nicht von den Neuen, sondern, ja, weil ich habe nämlich, wir haben letzte Woche Fortsetzung folgt aufgenommen, und da habe ich denen mal wieder eine Episode empfohlen von Rick und Morty und, weil die sind noch nicht so, ja, die sind da nicht so drin, die haben da irgendwie mal eine geguckt, die fanden sie nicht so toll. Und das habe ich so versucht zu bekehren, dass das was Gutes ist, aber, ja, da habe ich dann selber gleich nochmal welche geguckt. Ja. sehr cool, Rick und Morty, freue ich mich, 70 ist natürlich eine Hausnummer, ja, aber von mir aus kann das das neue Simpsons werden, also das kann von mir aus ewig laufen. Wenn das diese Qualität beibehält und diese, diese, dieses Feuerwerk dann, ja, diese Abgedrehtheit dann gerne. Ich hatte heute gerade wieder die Folge auch mit dem, mit dem Universum, was vorne im Motor ist, wo dann das Auto, die Tochter beschützen soll einfach großartig, herrlich ey. Gut. Coole Sache. Jo, Eishockey WM, gibt es nichts zu sagen? Das Finale läuft gerade, Schweden oder Schweiz, einer von beiden wird es. Gibt es einen Pausentee zu dem Thema? Müssen wir schauen, wie wir es zeitlich jetzt schaffen. Dadurch, dass ihr jetzt Ferien habt, kann es sein, dass wir mal wieder einen rausfeuern. Ein Pausenthema. Stay tuned. Oh, danach kommt Unbroken. Hier im Schweizer Fernsehen wird es ja live übertragen. Ich habe es gerade hier laufen. SRF 2 HD und danach kommt Unbroken. Unbeugsam. Der Film. Ja, mit Angelina Jolie. Ne, von Angelina Jolie, der Film ist das, genau. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich durch. Ja, genau. Gucken wir mal, was morgen in der Sneak läuft. Schauen wir mal. Ihr könnt auch weiter Hausaufgaben schicken oder mich an Hausaufgaben erinnern, wie da Thomas jetzt. Ihr seht, ich handel das auch ab. Ich warte immer noch drauf, dass mir jemand sagt, was ich im Marvel-Universum Neues gucken soll oder was mir da unbedingt noch fehlt. Und jetzt ist gerade, oh, jetzt haben sie gerade hier, es war gerade das Tornetz gerissen. Habe ich gerade gesehen. An der Seite. Genau, also wenn ich im Marvel-Universum, oder auch, sag mal so, Comic-Empfehlungen, liebe Hörer, falls ihr da was habt, wenn ihr sagt, hey, dann, wenn dir das gefallen hat, dann kauft ihr doch mal den und den Comic. Und so. Ich bin da jedes Mal total überlastet, wenn ich da in so einem Comic-Laden bin und kaufe dann doch irgendwie einen Asterix-Comic, den ich noch nicht habe. Oder Garfield oder Snoopy. Ja. Aber die anderen Sachen, weiß ich nicht. Da steht dann irgendwie da, Teil sowieso. Und dann denkst du, oh Gott, muss ich lieber vorne anfangen oder kann ich da mittendrin einsteigen? Oder so. Ja. Da könnt ihr gerne auch Kommentare schreiben. Ich gucke mal jetzt, wo ich die, fällt mir gerade ein, wo ich das Kommentar-Plugin, das andere wieder installiert habe, das Standard-Plugin, kann ich mal schauen, ob ich jetzt wieder so ein Spoiler-Plugin installieren kann. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Mache ich nachher gleich mal. Jo. Ansonsten, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Wir schlafen dann morgen mal ein bisschen aus, ne? Genau. Komm mal. Morgen ist ja eh frei. Aber wir schlafen auch den Rest der Woche aus, ne? Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast. Backup-Aufnahme. Test. Ja, läuft. Ja, schrei einfach mal rein. Tut dein Soundboard. Mal probieren. Wenn du dich magst, der Meister wird, dann sage ich zu dir, was können du, die Schwaben, seit Billions vom Frauenfeld. Läuft. Gott. Geil. Ja, schrei einfach mal rein.